Wir haben es offiziell bestätigt, 173,7 Kilogramm, stopp, 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 minus 31, weil das Blech nicht gut ist, ist 142,7, ein neuer Weltrekord. Und wir sagen zur linken Seite, möchte ich mal ganz kurz mit dem Wort Kordon. Und natürlich auf die rechten Seite, Blödsinn, 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 Jetzt will ich noch schnell auf die Kamera bestätigt haben. Noch einmal auf die Kamera festhalten, Schweizer oder Heidgenuss? Heidgenuss.